Eier. Wir brauchen Eier, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal, denn wir sind hier momentan auf der Suche für den Kurmai nach Eiern gewisser Vogelgattungen. Wir sind jetzt gerade hier in der Nähe von Dünenheim am Dünenheimer Versorgungsschiff und sollen für Kurmai vier Feuervogeleier finden. Dann mal los, let's go. Da oben sind schon mal einer, also vier sollen wir finden. Da sehe ich schon mal ein Nest. Das heißt, als erster haben wir sogar schon mal. Feuervogelein Nummer 1. Jetzt geht die Sucherei nämlich wieder los. So, da muss auch noch ein Vogel, der rumkreist. Da ist Nummer 2. Ach, nein, ne. Nein. Verdammt, ich glaube, das hatten wir mal. Haben wir, glaube ich, irgendwie verkauft oder so oder verbraten. Verdammt. Ja, das meine ich. Das meine ich. Jetzt haben wir schon mal ein Ei weniger, ja. Scheiße. Das ist jetzt schlecht. Geil, diese Nordlichter mit dem Mond. Ah, wie geil das aussieht. Ach, guck mal, haben wir sogar eine Eisprank haben wir sogar hier. Guck mal, ob wir irgendwie hier hochkommen. Verdammt, ey. Ja, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir für mich ein bisschen mehr suchen hier. Gerade, ich möchte mich auch nicht allzu weit entfernen eigentlich. Von dem Ort. Stop it. Moment, ich mach mal kurz hier. Okay. 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 Straßendieb. Abwärmen wir das. Oh, Golderz. Das will ich aber abbauen. Jawohl. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt da hochkommen. Verdammt. Weil, hatten wir in den letzten Folgen, letzten Aufnahmen immer wieder ein paar Eier, äh, so Zutaten verkauft. Da waren schon, ich hoffe wir waren, das war jetzt nur ein Ei. Nicht, dass wir zwei, drei Eier, die wir zufällig mitgenommen haben, verkauft haben. Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich. Shit. Was? Ach, was willst du denn jetzt von mir? Sind zwei Vögel. Das war jetzt das Ei, was ja, glaube ich, leer war, ne? Ja. Shit. Geh ich gut. Ah. Nee, das war auch leer. Scheiße. Mann. 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 Genau das meine ich. Deswegen wollte ich eigentlich diese Quest nicht machen. Oder vielleicht offscreen machen. Ich guck mal, wenn es jetzt zu lange dauert, mach ich kurz einen kleinen Schnitt, würde ich sagen. Sonst dauert es mir zu lange, wenn wir hier die Eier suchen. Andauernd hier. So, ich guck mal. Vielleicht ist auf dem Ship immer noch ein Nest. Vielleicht versteckt. Kann es ja auch geben. Haben wir eigentlich irgendwas zu sagen? Oh, was haben wir hier? Was ist das denn hier? Die Dünnheimer Früchtigilde. Das wir stehlen. Verdammt. Ich glaube aber nicht, dass hier ein Nest... Oh, guck mal, ey, guck mal, was hier liegt. Ein Fragment. Das vierte. Sehr witzig. Gut, dass wir nochmal hier vorbeigeschaut haben. Hab hier ein Nest rumliegt am Schiff. Das hätten die das ja bemerkt. Wie viel Eier haben wir jetzt? Eins, ne? Oh Gott, das heißt, wir brauchen noch ganze drei Stück. Ah. Da ist noch ein Nest. Ich hoffe, das Ei haben wir noch drin gelassen, hoffe ich. Jawohl. Mal zwei, jetzt haben wir schon mal die Hälfte wenigstens. Das. Die ist ein bisschen am Updancen hier. Handelt ihr auch? Oh, siehe. Gucken, was die so hat. Wein, die Volk auf dem Menge Wein. Ich glaube nicht, dass die so diese... Ne, leider nicht verkauft. Das wäre irgendwie cool gewesen. Kann ich irgendwas verkaufen bei dir? Nein. Habt ihr hier noch ein Ei wie rumliegen? Ich meinte irgendwie auch, in irgendeinem Haus war so ein Nest versteckt, aber... Vielleicht war es auch nur Einbildung. So, das Nest haben wir jetzt hier, ne? Ja, genau. Das heißt, die Hälfte haben wir. So, und die Frage, wo gibt es denn jetzt noch hier weitere Nester? Ah, ich glaube nicht hier, oder? Na, hier ist es auch ein bisschen ja dunkler, so, von, auf, vom Wind und ich weiß nicht, dass hier, ob hier Nester rumliegen, glaube ich nicht. Ja. Oke. Dr problems. Oh, oh Hier ist ein Gorilla Schattenstahlerz Oh, da ist sogar ein bisschen Geld drauf Auch interessant So haben wir zwei, drei Uhr morgens gleich Eigentlich hätten wir jetzt schon drei Wenn ich das nicht damals irgendwie verballert hätte Das Ei Ich hätte wahrscheinlich ein Spiegeleil gebraten Oder so So, haben wir hier oben vielleicht noch irgendwo ein Ei Eier, wir brauchen Eier, ja Ah, da oben Komm schon, lass mir da noch was drin sein, bitte Jawohl, Nummer drei, sehr gut Jetzt findest du noch eins Komm schon, das müssen wir jetzt auch noch irgendwo finden Ich weiß echt nicht, was sich Bei dieser Quest gedacht hat Ich weiß nicht Sonst sind die Quests alle richtig geil Aber, ähm, diese Quest Ich weiß nicht Ist nicht gerade die beste Quest Eigentlich eine richtig nervige Quest, sogar Komm schon, ein Ei brauchen wir noch Eins Salzwurz Oh, Thoriumerz, jawohl Endlich mal Thoriumerz Ich glaube, das erste Mal ist mir die Thoriumerz aller finden Sonst haben wir immer nur Leuchtendes Thoriumerz Geil Endlich Das brauchen wir vielleicht, glaube ich, für spezielle Rüstungsteile Wenn ich denn jemandem was herstelle Was haben wir hier? Ich weiß nicht, ob ich nochmal noch höher komme Boah, für Leute, durch Strupp sehe ich hier nichts Hm Grad, wo bin ich jetzt? Okay Muss auch nichts Ach, komm schon Ein Ei noch Eins Ah, sind wir wieder hier Hier waren wir auch gerade eben schon So So, hier geht's jetzt Quasi Ich weiß nicht, was wenn ich jetzt hier oben Irgendwas vielleicht noch Ich weiß nicht, ob wir hier auch irgendwo Nester sein können Okay, dann vielleicht nochmal hier noch ein bisschen nach oben Ach, weiß nicht, wo wir diesen Trizapter gefunden haben So, haben wir einen guten Ausblick Vielleicht sehe ich von hier oben irgendwie noch ein Nest Ja, obwohl ich sehe hier nur Grünzeugs Oh Gott Ah, wir sind, glaube ich, schön zweit nach oben wieder Dann müssen wir nochmal zurück Ah, das ist nicht auf jeden Fall wie so ein Gorilla Ich finde hier einfach Gorillas ab jetzt Und noch irgendwie Was sind, glaube ich, die Zuckerrohre, ne? So wie das aussieht Oder Bambus Und jetzt noch einer Wo ist der? Ich seh die gar nicht, wo lauter Dickicht hier Das Fett ist mir ein bisschen zu schwer Oh Mann Verdammt, hätten wir dieses eine Ei damals nicht verballert Hätten wir jetzt schon alle Eier Ich weiß nicht, hier ist noch eine Festung Gibt es da vielleicht irgendwo ein Ei? Warte, da vorne sind ja so Vögel Gucken wir kurz hier noch, Ivo Wir brauchen nämlich jetzt nur noch ein Ei Was ist das? Ich weiß nicht, ob da auch noch was sein könnte Mal kurz hier noch ein bisschen, ob hier was ist Also ich hoffe echt, es ist mehr als Also soweit ich weiß, müsste es mehr als vier Eier hier geben von Sonst kann ich die Quest nämlich nicht weitermachen Das wäre jetzt ein bisschen blöd Oh, oh, ein Leopard Hast du ein Ei dabei? Nein Scheiße, wieder nicht Meine Güte Wir haben auf jeden Fall gut Hunger gerade schon wieder Wo bin ich jetzt? Ah, ich weiß nicht, ob das nicht schon zu weit ist Ich glaube ja Korundum Erz Ich weiß nicht, ich gehe mal vielleicht nach da oben Vielleicht ist da irgendwo oben ein Nest oder so Dünnheimer Früchte Die Dünnheimer Früchte AG Aber hier habe ich glaube ich meine Folge mal beendet Letzte Woche Am Osterwochenende Oh, sprechen Hier habe ich glaube ich eine Aufnahme beendet Weil ich kann mich irgendwie erinnern, dass es hier auch irgendwo Ich weiß nicht, wo das war In so einer Festung oder so Dass da irgendwo so ein Nest versteckt war Ob das jetzt die war, weiß ich aber nicht Das sieht mich nicht so aus leider gerade Shit Aber ich habe echt Ich habe gerade echt Sorge Ich hoffe, wir können die Quiz weiter machen Weiß ich mal ein Vogel Ah ja, von den beiden glaube ich habe ich schon Oh Mann Obwohl ich frage den jetzt einfach mal kurz Irgendwann sehe ich wo die hinfliegen Wo ist jetzt der eine? War gerade im anderen eben ein Vogel Das hatten wir schon, ne? Da ist nichts mehr drinne Oh Mann Oh Mann Da ist noch so ein Vogel Das Nest da vorne hatten wir jetzt, ne? Ich bin gerade voll verwirrt hier Ja genau, das hatten wir jetzt Cressmark sagt hier oben die Luft Da hinten ist auch noch so ein Vogel Ich glaube, ich gehe da hinten nochmal hin Der fliegt Nach unten Ah ne, hier ist eine Truhe nur Ah ne, hier, der fliegt zu dem Nest hier Verdammt nochmal Ist jetzt ein bisschen blöd Ich hoffe, wir finden noch ein Ei Das ist jetzt ein bisschen blöd gerade Warte mal Können wir hier bei dem padden Dass es vielleicht mal ein bisschen heller ist Jetzt sehen wir hier Das ist besser, wenn es heller ist Guck mal kurz, ob ich mal oben ins Bett legen kann Müsste doch eigentlich gehen Das ging ja letztes Mal auch Ja Bleiben wir mal so 6 Stunden bis 10 Verdammt, wir haben gleich eine ganze Folge verballert Für den Scheiß hier So, ich guck mal, ob hier oben vielleicht noch etwas ist Ach, Maxus Ach, Maxus Okay So, Quicksave Jetzt gucken wir uns nochmal hier in Ruhe um Jetzt haben wir Tag Und was habe ich jetzt hier Ein Ei-Besser Ein Ei-See Wenn ich jetzt hier runterspringe, überlebe ich das? Ich hoffe, ja, Maya Ja, gut So, jetzt haben wir es mal heller Mal sehen, ob ich jetzt mehr sehen kann Ich glaube, ich muss mich jetzt mal wieder etwas essen Das ist mal so ein Wolfsfleisch So, am besten nicht folge vielleicht diesen Diesen Vögeln Jetzt mal Das Nest selbst zu suchen Wo sind denn diese Vögel? Da hinten ist eins Aber es gibt wahrscheinlich zu dem Nest da Okay, da oben haben wir auch einen Vogel Mal sehen, wo der hinfliegt Boah, von der Sonne sehe ich nichts Boah, komm schon Und da oben Ich glaube, das hatten wir aber auch schon, glaube ich Ach, scheiße Ist ja noch kein zweites Ei hier oben Und kein zweites Nest Nein, die sehen nicht so aus Verdammt, schade, dass die nicht nachspawnen, diese Nester Also hier oben ist auch noch eins Ein Vogel Gewesen Das hier oben vielleicht auch noch ein Wohnen ist Ah, das ist wieder da drinnen Ja, Mann Hier ist nichts Hier ist auch kein Nest Da wohl, das sind noch zwei dieser Vögel Kommt schon, Leute Nein Fuck, die mal Ah, Schlammkrabbel ist mir jetzt egal Ja, natürlich Ich glaube, das hatten wir auch schon Ja, scheiße, Mann Verdammt Ja, sorry Das ist jetzt gerade so Das ist jetzt gerade so lange gedauert So, wo war jetzt der andere Vogel Da waren doch gerade zwei Oh, hier ist ja wieder eine Streckschlammkrabbe Jetzt reicht's mal langsam Jetzt reicht's mal langsam Oh, komm schon Wo sind diese Vögel Hä, die waren doch gerade eben Wo sind die denn jetzt? Ah, ah, ah Obwohl, da hinten sehe ich ein Ei Ich hoffe, äh, Nest Ich hoffe, das ist das richtige Oder war das das falsche wieder Ach, Mist Das war das Nest Ah, Mann Ne, ich glaube, ich mache gleich Äh, die Folge ist gleich sowieso Ende Ja, in drei Minuten Dann mache ich gleich mal Cut Und suche es, äh, guck mal kurz Irgendwie offscreen So, hier sind ja zwei Quicksafe Ich frage dem, äh, Vogel mal Die fliegen in den Boden Was ist das denn? Da So, der andere ist jetzt wieder weg Ich mache mal kurz mal ein Quickload So, mal sehen, wo fliegt der jetzt hin So, bis heute ist das, was wir sagen Ich overwhelmingly will, dass wir uns ja studieren Wir sind jetzt wie einander Nein. Nee. Hä, das hat... Es war... Ich träge... Hatten wir jetzt beide Nester gehabt oder was? Da ist nämlich auch keins drinne. Vorne ist keins drinne. Was ist das denn bitte für Müll? Scheiße, und jetzt ist es auch leer. Also die beiden können uns hier nicht helfen. So, das Nest hatten wir jetzt hier gehabt, ne? Das haben wir schon. So, da oben ist auch noch ein Vogel. Also wo der hinfliegt. Ah ne, der fliegt zum Nest da oben. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon. Ja. Scheiße, eine ganze Folge für Eiersuchen verschwendet jetzt, ey. Okay. Ja genau, das hatten wir auch schon. Ja okay, aber Leute, dann mache ich das jetzt mal so. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut. Die Folge ist jetzt sowieso vorbei. Dann suche ich mal, ob ich irgendwo das letzte Ei finde. Okay. Bis dann.